Wir spielen Roblox, du 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 du, oh yeah, Roblox time, hu hu, du 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 du, pschuh. Hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und heute spielen wir das erste Mal Roblox und heute spielen wir Horror-Mufik-Hausen von Cookie Script. Und ihr wisst, ich hab ein neues Intro. Und dann spielen wir mal. Okay. Dauert ganz kurz. Okay, dann spielen wir mal. So. Dann spielen wir mal. Bevor wir spielen, bleibt unabonniert. Habt's gemacht? Okay. Also, das Ziel ist vom Horror-Mufik-Haus der letzte Überland von den Runden. Start, bekommst du eine Platte und ein Hausnichtfall-Runde zufällig ergriffen. Oh, okay. Brauch ich nicht. Okay. Konstant mit einem Konstant mit. Ja. Oh, bin ich ab. Okay. Gewinnen sie ihre erste Runde und rosamlaues Hausfabber frei zu schalten. Okay. Oh, ich bin schon drin. Geil. Okay. Tamiya. Oh, da steht halt hier noch. Alter, das war sehr laut. Ähm, ihr sollt nicht laut machen, dass ihr wisst. Ja, das ist doch immer. So. Oh. Wir sind eine große Band. Also, wir müssen kämpfen. Kapp, 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 kapp. I will tot sein. Yes. Ich habe gewonnen. Yeah. Ja. Okay. Oh. Warte, was ist das? Warte, wie hier? Ich werde auch nicht. Ich werde auch nicht. Oh. Was ist das? Oh. Ich glaube, ich werde dann mehr wohl. Was du willst? Nee, das ist nicht. Dann wird ich zu fett. Spiegel. Hey. Nee. Bis zum nächsten Mal. Wie kann ich es nicht? Warte, was ich jetzt essen? Pff. Hau so klein, nao. Hau so klein, nao. Hopp oder? Was ist das los? Bäh! 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 Was? Wie hat sie gewonnen? Das ist unfair. Okay, jetzt kommt schon aber die nächste Runde. Okay, ich würde Verstand nehmen. Ich weiß nicht, aber... Jetzt fast gewonnen, wenn ich da drunter gekommen wäre. Aber ich hätte hier eine Pistole, das ist doch geil. Hey, eine Pixel-Schein, hätte ich das gewusst, man kann das aufmachen. Oh, ich weiß nicht, welchen Klaut. Oh, okay, stopp. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, okay. Ich bin hier. Was? Äh... Auf diesen kleinen Knöpfen... Oh mein Gott! Ich hab endlich eine Schneebrücke. Geil! Jetzt kann ich keiner killen. Aber nicht mich bitte, nicht mich eben. Nein, ich weiß nicht lange dabei. Okay, wo wird das Lagerfeuer denn geschehen? Oh! Wer das berührt wird zu Feuer! Ja! Na, den Kurot, das will ich ja nicht machen. Oder? Jemand Platte wird größer werden. Oh, bitte mal! Oh, Kacke! Niemand will nachher irgendeine Kugel. Ja. Ein Ambus wird verfallen. Ist das von mir, oder? Hm. Ich denke, wo wird die... Oh, ja. What the fuck ist grad passiert? Hab Geld gekriegt. Geil! Hey! Was machst du hier? Geil weg! Also, das ist die Embarmung. Geil mit Anisulation Sider. Geil! Äh... Fliegt der gerade? Ja, ich weiß nicht so ganz. Ich glaube, er fliegt, oder? Ich glaube, ich werde gewinnen. Weil es sind nur noch 1, 2 und der eine, der drauf ist. Oh mein Gott, einer ist geschlafen! Okay, jetzt sind wir nur noch... 1, 2, 3... Wir sind noch... Nee! Aber ich... Aber ich... kann nicht rein gehen. Ich bin hier angekommen. Ich bin hier angekommen. Was hier ist? Na komm! Na komm! Na soll das hier? Green! Oder? Nein! Ich... Ich... Ich weiß nicht... Wo kann ich sein? Äh... Ich werde gut da... Nicht da oben. Und hier noch? Okay, das ist super. Die Brücke weg! Okay... Niemand würde da oben rein. Okay, da hat jemand das Spiel verlassen. Ich weiß nicht wieso. Aber jetzt sind wir noch dort. Ja... Jemand hat den Zählen bekommen, hochspielen können. Ich... Nö! Vielleicht dich! Ha! Oh Gott! Na komm! Oh Gott! Ich... Wie alt ist du? Ich... Ich... Das soll ein bisschen rausmachen, oder? Mach' jetzt leise! Okay? Es wird jetzt laut! Mach' leise! Ich glaube, ich soll alles machen, Bruder. Das ist besser. Warte. Wer bist du? Drück jetzt. Mach leise. Mach leise. Was steht hier? Was steht hier? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Alter, was war gerade eben das da? Okay, wir könnten aber wieder laut machen. Das war sehr laut. Oder? Bei uns auch, oder? Ich weiß nicht. Ja, nein. Aber heute habe ich verloren. Was heißt das Ding? Es ist dunkel. Es ist hier gar nichts. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Ich kann es euch sagen, wo ist er überhaupt in Englisch. Sands. Sands. Okay. Warte, dann müssen wir hier zwei Schnickruch. Okay, dann warten wir halt es. Sollte zu uns sein. Okay. Warte. Wer ist es denn? Ist es Yoda? Wo, 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 was war denn? Ja. Alles so groß? Sands, wieso warst du bei mir? Ich wollte es so gern. Das sieht jetzt aus wirklich wie ein Stock, oder? Ich bin nicht in den Stock, der wird vielleicht gesteckt. Oh, das ist immer wieder drauf an. Dann hast du mir da was weißer machen. Hält die Klappe! Ups, ich wollte es nicht sagen. Oh, war es nicht hier? Ah, ja, ich bin richtig auf sie. Eigentlich geht nichts. Und das hier bis da oben, das liegt nicht, wenn der Euro-Blox ist gar nicht. Stimmt nicht, ich hab schon mal nachgeschaut, aber. Oh, die nächste Runde startet. Weil. So, die nächste Runde startet. Also, wir machen, nee, nicht ein Leben. Wir machen Start, genau. Wampf spielt ja ein Schwert, gehört es dir enthiel. Du siehst nicht so groß wie ich aus. Okay, wir gehen in 3, 2, 1, okay. Warum steht hier immer noch, wer wolle? Vielleicht würde ich wirklich, wenn ihr wollt, wenn ich jetzt das klick und zu schließen drücke. Klick und zu schließen. Okay, jetzt werde ich an wer wolle. Wow, das sieht doch cool aus. Wer wird so aus? Ich nicht, oder? Was? Wann ist es jetzt so dunkel? Wegen Sands? Komm schon. Es ist aber nicht dunkel. Die Sonne scheint. Auf meinen Kopf. Oh, darf ich auch zu euch? Ein Gewitter bekommen? Nicht ich, oder? Jemand wird ein Gemitteln bekommen. Auf dich? Die Plotte. Oh, da ist eins weggegangen. Einfach so. Pass auf, ist ein Sneaper. Wer, den? Hab ich den Sneaper? Oh, okay, das ist nicht so. Der ist so dunkel. Der ist so dunkel. Okay, es ist doch für euch schlau. Unschuldig. Ich habe aber eine Waffel, bis du bist. Ist das mir der Mist? Oh mein Gott, das ist der Mist. Kannst du mir den Sneaper halten? Na? Ich habe es so gut in den Sneaper, aber ich war... Kein Mörder. Wieso hat er dann mich gequillt? Was haben wir damit so nicht tun? Und wir wollen das auch wieder spielen. Ich werde das mal für euch zeigen, aber es ist ein bisschen blutig. Es ist nicht für euch, Kids, wenn ihr spielt. Außerdem habe ich den Fakur schon gemacht und er ist schwer. Und hier habe ich mal da einen Riesensprung gekriegt. Ja, und so, ich mache gerade den Bobby. Ihr könnt ihn auch spielen. Ihr könnt wieder ganz, ganz schnell zum Anfang gehen und dann wieder hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ah Mist. Was war schon? Was war das gerade? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es nur noch gehört. Oh, es war knapp. Okay, ich bin gut. Das ist nicht echt. Es ist blöd. Es ist so scheiße. Wieso hat er das Spiel gemacht? Warum ist dein Ei? Ich habe den Pfeffer gemacht. Außerdem kann ich nicht. Oha, nein, 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 nein. Es ist nicht mehr. Noch, noch. Und so ist es so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube es ist eine kurze Runde. Aber vielleicht ist es heute jetzt ein Eis nicht gut. Dann vielleicht mal gleich mal drauf. Dann schon mal drauf. Schreibt es an Abonniert. Und ja. Tschüss. Du 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 Vielen Dank.